Patricia Krohn 11. Juli 2015 in Princeton war eine dänische Islamwissenschaftlerin. Gemeinsam mit Michael Cook verfasste sie Hagarism. The Making of the Islamic World, ein Werk über die Entstehung des Islam, was sich weitgehend auf zeitgenössische, nicht-islamische Quellen beruft und damit zu einer Revision zum Leben von Mohammed und der Entstehungsgeschichte des Islams beitrug, Werdegang. Nach einem Studium an der University of London machte Patricia Krohn 1974 ihren Ph.D. an der School of Oriental and African Studies. Danach wurde sie Senior Research Fellow am Warburg Institute der Universität London. 1977 wurde sie University Lecturer für Islamische Geschichte und Fellow des Jesus College an der Universität Oxford. 1990 wurde sie Assistant University Lecturer für Islamwissenschaft und Fellow am Gehwill und Kios College der Universität Cambridge, wo sie von 1992 bis 1994 als University Lecturer für Islamwissenschaft und ab 1994 als Reader in islamischer Geschichte arbeitete. Seit 1997 war sie Professorin für Islamische Geschichte am Institute for Advanced Study in Princeton. Schriften Als alleinige Autoren Slaves on Horses The Evolution of Islamic Policy Cambridge University Press Cambridge unter anderem 1980 ISBN 0-521-229618 God's Caliph Religious Authority in the First Centuries of Islam Cambridge University Press Cambridge unter anderem 1986 ISBN 0-521-321-859 Mac Country and Their Eyes of Islam Blackwell Oxford unter anderem 1987 ISBN 0-631-15596-1 Pre-Industrial Societies Blackwell Oxford unter anderem 1989 ISBN 0-631-15661-5 God's Rule Government and Islam Columbia University Press New York New 2004 ISBN 0-231-13290-5 Medieval Islamic Political Thought Edinburgh University Press Edinburgh 2004 ISBN 0-7486-1871-6 Als Mitautorin mit Michael Cook Hagarism The Making of the Islamic World Cambridge University Press Cambridge unter anderem 1977 ISBN 0-521-29754-0 mit Martin Hinzt Roman Provincial and Islamic Law The Origins of the Islamic Patronate Cambridge University Press Cambridge unter anderem 1987 ISBN 0-521-32-253-7 Band Technique Guy ב�ondamp lock in the press The Legend of the for the The chair自己 Who shall Untertitelung des ZDF, 2020